Kann man nicht in zwei Tagen Physiker werden? Kann man nicht in zwei Tagen Physiker werden? Wenn Sie Ihre Hausaufgaben nicht erledigen, erhalten Sie eine schlechte Note. Wenn Sie Ihre Hausaufgaben nicht erledigen, erhalten Sie eine schlechte Note. Wie viele Kinder sind auf dem Spielplatz? Wie viele Kinder sind auf dem Spielplatz? Gibt es eine Kinderkarte? Gibt es eine Kinderkarte? Sie können keine Punkte bekommen. Sie können keine Punkte bekommen. Können wir das für Sie tun? Können wir das für Sie tun? Was für eine schöne Stadt! Was für eine schöne Stadt! Das steht außer Frage! Das steht außer Frage! Reist du viel? Reist du viel? Aussortieren Aussortieren Manchmal wären Sie ein Auftragnehmer. Manchmal wären Sie ein Auftragnehmer. Wenn das Konzert beginnt, werde ich zwei Stunden in der Schlange gewartet haben. Wenn das Konzert beginnt, werde ich zwei Stunden in der Schlange gewartet haben. Ich spreche jetzt gut Englisch. Ich spreche jetzt gut Englisch. Sie können es nicht erraten. Sie können es nicht erraten. Der Hund bellt laut. Der Hund bellt laut. Was für eine Blutgruppe haben Sie? Was für eine Blutgruppe haben Sie? Werden wir in fünf Minuten organisiert sein? Werden wir in fünf Minuten organisiert sein? Nicht jeder kann seine Ziele erreichen. Nicht jeder kann seine Ziele erreichen. Wir können zur Mittagszeit nicht als Kellner arbeiten. Wir können zur Mittagszeit nicht als Kellner arbeiten. Ich werde spielen. Ich werde spielen. Ich werde Fußball spielen. Ich werde Fußball spielen. Unsere Arbeitszeiten sind Montag bis Freitag von 7.00 bis 18.00 Uhr. Emotional Emotional Wie geht es dir? Mir geht's gut. Danke Wie geht es dir? Mir geht's gut. Danke Ihre Kinder sind Betreiber Ihre Kinder sind Betreiber Er reitet schweigend auf einem Kaninchen Er reitet schweigend auf einem Kaninchen Soll es im Morgengrauen rollen? Soll es im Morgengrauen rollen? Hypochondrische Patienten Hypochondrische Patienten Sie kauft neue Kleidung Sie kauft neue Kleidung Der Film sieht interessant aus Der Film sieht interessant aus Ich habe eine Perle in der Auster gefunden Ich habe eine Perle in der Auster gefunden Erwähnen Sie dies nicht Erwähnen Sie dies nicht Er hätte Angst Er hätte Angst Sein Neffe ist Beamter Sein Neffe ist Beamter Ich sehe dich Ich sehe dich Können Sie nicht manchmal entkommen? Können Sie nicht manchmal entkommen? Verlassen Verlassen Wir waren anderer Meinung Wir waren anderer Meinung Ich bin nicht nach Europa gegangen Ich bin nicht nach Europa gegangen Wenn ich ein berühmter Sportler wäre Würde ich andere zum Sport inspirieren Ist unsere Stiefmutter Bibliothekarin ist unsere Stiefmutter Bibliothekarin ist unsere Stiefmutter Bibliothekarin geben sie nicht auf geben sie nicht auf ich habe keine Probleme gesehen ich habe keine Probleme gesehen Kinder müssen ihren Klassenkameraden Geld geben Kann ich häufig verkaufen kann ich häufig verkaufen kann ich häufig verkaufen ich 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 waren seine verwandten wissenschaftler waren seine verwandten wissenschaftler Kennt ihr hier gute Orte zum spazieren gehen? Kennt ihr hier gute Orte zum spazieren gehen? Es tut mir leid ich kann nicht lächeln Es tut mir leid ich kann nicht lächeln Sollten wir es nicht einschenken? Sollten wir es nicht einschenken? Was ist dein Plan? Was ist dein Plan? Seine Stieftochter war Dienstmädchen Seine Stieftochter war Dienstmädchen Ermutigt Ermutigt Können wir es nicht auf 2 Uhr morgens verkürzen? Können wir es nicht auf 2 Uhr morgens verkürzen? Würde es passieren? Würde es passieren? Haben wir uns bei Sonnenaufgang ausgeruht? Haben wir uns bei Sonnenaufgang ausgeruht? Wir haben im Hinterhof gegrillt Wir haben im Hinterhof gegrillt Es ist so so real Es ist so so real Waren ihre Verwandten Designer? Waren ihre Verwandten Designer? Sie wissen es nicht Sie wissen es nicht Wir haben das Museum am Sonntag besucht Wir haben das Museum am Sonntag besucht Das sagst du nicht Das sagst du nicht Es war mir immer eine Freude Es war mir immer eine Freude Wir lieben es, Zeit miteinander zu verbringen Wir lieben es, Zeit miteinander zu verbringen Seine Augen waren glasig Seine Augen waren glasig Sie werden nachts keine Geschäfte tätigen Sie werden nachts keine Geschäfte tätigen Hast du ein Haustier? Hast du ein Haustier? Sie sollten keinen Müll auf den Boden werfen Sie lebten 20 Jahre lang im selben Haus Bevor sie umzogen Sie lebten 20 Jahre lang im selben Haus Bevor sie umzogen Kann ich das vor dem Kauf ausprobieren? Kann ich das vor dem Kauf ausprobieren? Wir haben in der Highschool Basketball gespielt Wir haben in der Highschool Basketball gespielt Wenn Sie bestehen wollen, sollten Sie besser für die Prüfung lernen Wenn Sie bestehen wollen, sollten Sie besser für die Prüfung lernen Ich trinke jeden Morgen zwei Tassen Kaffee Ich trinke jeden Morgen zwei Tassen Kaffee Ich biete monatlichen Service an Ich biete monatlichen Service an Leiden Sie nicht um eine Uhr morgens? Leiden Sie nicht um eine Uhr morgens? Ich kann nachts nicht Danke sagen Ich kann nachts nicht Danke sagen Ich werde es John sagen Ich werde es John sagen Benötigen Sie einen Einkaufswagen oder Korb? Benötigen Sie einen Einkaufswagen oder Korb? War Ihre Schwiegermutter Putzfrau? War Ihre Schwiegermutter Putzfrau? Was glaubst du wer du bist? Was glaubst du wer du bist? Werde ich nicht jedes Jahr Soziologe? Werde ich nicht jedes Jahr Soziologe? Was machst du? Was machst du? Er muss seine Rechnungen bis zum Monatsende bezahlen Er muss seine Rechnungen bis zum Monatsende bezahlen Wo leben sie? Wo leben sie? Er sollte seine Mission inzwischen abgeschlossen haben Er sollte seine Mission inzwischen abgeschlossen haben Ich werde gehen Ich werde gehen Er konnte seine Brieftasche nicht in seiner Tasche finden Er konnte seine Brieftasche nicht in seiner Tasche finden Langsam Langsam Kann es nicht gelöst werden? Kann es nicht gelöst werden? Das Essen ist anfällig für Kritik Das Essen ist anfällig für Kritik Was war das für eine Veränderung? Was war das für eine Veränderung? Aber ich habe nicht wirklich Hunger Aber ich habe nicht wirklich Hunger Wir müssen reden Wir müssen reden Messe ich nie? Messe ich nie? Wir hätten einen anderen Weg einschlagen sollen Wir hätten einen anderen Weg einschlagen sollen Wir waren während unseres Urlaubs im Hotel Wir waren während unseres Urlaubs im Hotel Nach dem Regen sah ich einen wunderschönen Regenbogen Nach dem Regen sah ich einen wunderschönen Regenbogen Wann arbeitest du? Wann arbeitest du? Kleinbus Kleinbus Werden wir es zulassen? Werden wir es zulassen? Müssen sie eine Sprache sprechen? Müssen sie eine Sprache sprechen? Schauen sie sich einige Adjektive an Die zur Beschreibung von Lebensmitteln verwendet werden Zu welchen Lebensmitteln verwenden wir sie häufig? Schauen sie sich einige Adjektive an Die zur Beschreibung von Lebensmitteln verwendet werden Zu welchen Lebensmitteln verwenden wir sie häufig? Unsere Cousets sind Designer Unsere Cousets sind Designer Dieser Ort ist wirklich wunderschön Dieser Ort ist wirklich wunderschön Können sie dienen? Können sie dienen? Hast du es analysiert? Hast du es analysiert? Wir warten auf deine Antwort Wir warten auf deine Antwort Wir planen, nächsten Monat in den Urlaub zu fahren Wir planen, nächsten Monat in den Urlaub zu fahren Lass uns morgens laufen gehen Lass uns morgens laufen gehen Wirst du nach fünf Jahren fahren? Wirst du nach fünf Jahren fahren? Zeitraum 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 Eine Woche später sind wir Krieger Eine Woche später sind wir Krieger Ich ging zur Schule Ich ging zur Schule Ich lerne immer vor Prüfungen Ich lerne immer vor Prüfungen Können wir nicht nachts fragen? Können wir nicht nachts fragen? Ich war es nicht Ich war es nicht Ich habe meiner Mutter beim Kochen geholfen Ich habe meiner Mutter beim Kochen geholfen Wir suchten nach einer Lösung für das Problem Wir suchten nach einer Lösung für das Problem Was soll ich machen? Was soll ich machen? Seine Halbschwester wurde Botschafterin Seine Halbschwester wurde Botschafterin Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Dependabot wird seit 2022 nicht mehr verwendet Dependabot wird seit 2022 nicht mehr verwendet Sie haben sich schon lange nicht gesehen, oder? Sie haben sich schon lange nicht gesehen, oder? Alle diese Bücher gehören mir Alle diese Bücher gehören mir Werde ich es nicht erkennen? Werde ich es nicht erkennen? Die Schlange an der Kasse ist sehr lang Die Schlange an der Kasse ist sehr lang Ich sagte Ich sagte Ich arbeite hier seit 5 Jahren Ich arbeite hier seit 5 Jahren Es gibt keinen freien Platz im Theater Es gibt keinen freien Platz im Theater Eines der Teams Eines der Teams Kannst du wöchentlich spielen? Kannst du wöchentlich spielen? Mittags sollten sie sich keine Sorgen machen Mittags sollten sie sich keine Sorgen machen Die Schüler lernten für die Prüfung Die Schüler lernten für die Prüfung Ich bin mir nicht sicher Ich bin mir nicht sicher Ich nehme bitte die Hühnernudelsuppe Ich nehme bitte die Hühnernudelsuppe Nach einem anstrengenden Tag nahm ich ein Bad Nach einem anstrengenden Tag nahm ich ein Bad Was ist los? Was ist los? Wir warteten auf den Verkauf von Konzertkarten Wir warteten auf den Verkauf von Konzertkarten Stellen sie sofort eine Verbindung her? Stellen sie sofort eine Verbindung her? Du siehst wie immer großartig aus Du siehst wie immer großartig aus Ich möchte ein neues Auto kaufen Ich möchte ein neues Auto kaufen Ja, ich denke schon Ja, ich denke schon Ich bin interessiert Ich bin interessiert Kann nicht jährlich veröffentlicht werden Kann nicht jährlich veröffentlicht werden Sie spielen gerne Fußball im Park Sie spielen gerne Fußball im Park Glatt Glatt Ich bevorzuge Katzen gegenüber Hunden Ich bevorzuge Katzen gegenüber Hunden Sätze Sätze Können sie dann Kurator werden? Können sie dann Kurator werden? Bei den Unfallbeteiligten kam es zu keinen ernsthaften Verletzungen Bei den Unfallbeteiligten kam es zu keinen ernsthaften Verletzungen Können sie nächsten Monat an der Hochzeit teilnehmen? Können sie nächsten Monat an der Hochzeit teilnehmen? Ist ihr Onkel Kosmetiker? Ist ihr Onkel Kosmetiker? Sie ließen ihre Hunde im Tiersalon pflegen Sie ließen ihre Hunde im Tiersalon pflegen Dem Team mangelt es an Erfahrung Dem Team mangelt es an Erfahrung Sie boten es nicht oft an Sie boten es nicht oft an Wir sind uns dessen bewusst Wir sind uns dessen bewusst Das ist meine Familie Das ist meine Familie Er hätte anrufen sollen, um den Termin abzusagen Er hätte anrufen sollen, um den Termin abzusagen Können sie mir helfen, diesen Tisch die Treppe hinauf zu tragen? Können sie mir helfen, diesen Tisch die Treppe hinauf zu tragen? Rufen Rufen Kommen sie häufig vor? Kommen sie häufig vor? Sie aßen in einem Luxusrestaurant zu Abend Sie aßen in einem Luxusrestaurant zu Abend Bei uns gilt ein striktes Rauchverbot Bei uns gilt ein striktes Rauchverbot Es hat sich nicht beruhigt Es hat sich nicht beruhigt Er arbeitet in einer Bank Er arbeitet in einer Bank Nach der Party haben wir das Haus geputzt Nach der Party haben wir das Haus geputzt Nachmittag Nachmittag Seine Frau ist Modedesignerin Seine Frau ist Modedesignerin Kann mittags kein Anästhesist da sein? Kann mittags kein Anästhesist da sein? Es ist sofort zubereitet Es ist sofort zubereitet Ich wünschte, ich könnte nächste Woche in den Urlaub fahren Ich wünschte, ich könnte nächste Woche in den Urlaub fahren John, kannst du mir die Schere geben? John, kannst du mir die Schere geben? Wenn ich mehr Freizeit hätte, würde ich kochen lernen Wenn ich mehr Freizeit hätte, würde ich kochen lernen Welche Art von Musik magst du? Welche Art von Musik magst du? Mein Auto ist blau Mein Auto ist blau War ihre Stiefmutter eine Alchemistin? War ihre Stiefmutter eine Alchemistin? Wie viele Gläser befinden sich im Küchenschrank? Wie viele Gläser befinden sich im Küchenschrank? Werden wir nicht zehn Jahre lang Interviewer sein? Werden wir nicht zehn Jahre lang Interviewer sein? Das Unternehmen ist auf der Suche nach einem neuen Finanzmanager Das Unternehmen ist auf der Suche nach einem neuen Finanzmanager Unsicherheit Unsicherheit Üben Üben Er ließ seine Gitarre von einem Gitarrentechniker neu beseiten Er ließ seine Gitarre von einem Gitarrentechniker neu beseiten Ich denke darüber nach, einen Fotoausflug zu machen Ich denke darüber nach, einen Fotoausflug zu machen War ihr Stiefbruder Fotograf? War ihr Stiefbruder Fotograf? In meiner Freizeit lese ich gerne Bücher In meiner Freizeit lese ich gerne Bücher Sie sind so abenteuerlustig, dass Sie gerne neue Dinge ausprobieren Sie sind so abenteuerlustig, dass Sie gerne neue Dinge ausprobieren Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Vertriebsteam Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Vertriebsteam Er hat mir bei meinen Hausaufgaben geholfen Er hat mir bei meinen Hausaufgaben geholfen Sollte ich nicht später Geograf werden? Sollte ich nicht später Geograf werden? Die Entfernung zwischen Tonys Haus und der Schule beträgt 11 Meter Die Entfernung zwischen Tonys Haus und der Schule beträgt 11 Meter Sollten Sie jetzt als Barkeeper arbeiten? Sollten Sie jetzt als Barkeeper arbeiten? Sie werden nicht angreifen Sie werden nicht angreifen Es kann dir egal sein Es kann dir egal sein Das Auto muss zum Mechaniker Sollen wir zusammen gehen? Das Auto muss zum Mechaniker Sollen wir zusammen gehen? Diese Schuhe sind mein Lieblingspaar Diese Schuhe sind mein Lieblingspaar Computer sind teuer Computer sind teuer Er reiste nach Indien und besuchte viele historische Orte Er reiste nach Indien und besuchte viele historische Orte Ich lerne seit zwei Jahren Englisch Ich lerne seit zwei Jahren Englisch Werden wir jeden Monat verletzt? Werden wir jeden Monat verletzt? Kann es dann klar sein? Kann es dann klar sein? Die Gefängnisstrafe war sehr hart Die Gefängnisstrafe war sehr hart Es war eine sehr schöne Reise Es war eine sehr schöne Reise Sie haben ihre Großeltern doch nicht besucht Oder Sie haben ihre Großeltern doch nicht besucht Oder Kann sich gelegentlich nicht ausdehnen Kann sich gelegentlich nicht ausdehnen Wir können das Jahrzehnt vielleicht nicht aufgeben Wir können das Jahrzehnt vielleicht nicht aufgeben Gibt es im Laden eine Theke für frische Meeresfrüchte? Gibt es im Laden eine Theke für frische Meeresfrüchte? Ich kann nicht glauben, wie schrecklich das ist Ich kann nicht glauben, wie schrecklich das ist Unser Großvater war Journalist Unser Großvater war Journalist Es schüttet wie aus Eimern Es schüttet wie aus Eimern Wessen Regenschirm hast du mitgenommen? Wessen Regenschirm hast du mitgenommen? Das Auto prallte gegen einen Baum Das Auto prallte gegen einen Baum Das Auto wurde von einem Mechaniker repariert Das Auto wurde von einem Mechaniker repariert Die E-Mail wurde an alle Mitarbeiter weitergeleitet Die E-Mail wurde an alle Mitarbeiter weitergeleitet Bieten Sie eine Abholung am Straßenrand an? Bieten Sie eine Abholung am Straßenrand an? Wir sangen Lieder beim Karaoke Abend Wir sangen Lieder beim Karaoke Abend Der Mann war sehr groß Der Bericht wurde als unzureichend erachtet Und weitere Untersuchungen waren erforderlich Der Bericht wurde als unzureichend erachtet Und weitere Untersuchungen waren erforderlich Wessen Team hat das Spiel gewonnen? Wessen Team hat das Spiel gewonnen? Ich kann es kaum erwarten, in den Urlaub zu fahren Sagte er Ich kann es kaum erwarten, in den Urlaub zu fahren Sagte er Werden Sie die Texte für 2 Uhr morgens später schreiben? Werden Sie die Texte für 2 Uhr morgens später schreiben? Unnötig Unnötig Denkst du ich bin süß? Denkst du ich bin süß? Natürlich kein Problem Natürlich kein Problem Ich bin so beeindruckt Ich bin so beeindruckt Lassen Sie mich wissen, wenn sich an Ihrer Situation etwas ändert Lassen Sie mich wissen, wenn sich an Ihrer Situation etwas ändert Sind meine Cousets Börsenmakler? Sind meine Cousets Börsenmakler? Das ist gut für mich Das ist gut für mich Ich werde einer englischsprachigen Gruppe beitreten Ich werde einer englischsprachigen Gruppe beitreten Ich muss neues Make-up kaufen Ich muss neues Make-up kaufen Wenn ich nur fleißiger gelernt hätte, hätte ich die Prüfung bestehen können Wenn ich nur fleißiger gelernt hätte, hätte ich die Prüfung bestehen können Kann er nach einem Tag nicht mehr rappen? Kann er nach einem Tag nicht mehr rappen? Er dankt allen für ihre Unterstützung Er dankt allen für ihre Unterstützung Wie viele Autos hast du? Wie viele Autos hast du? Zeitraum Zeitraum Er ist ein erfolgreicher Geschäftsmann Er ist ein erfolgreicher Geschäftsmann Was glaubst du wer du bist? Was glaubst du wer du bist? Wir sollten für das nächste Jahr hoffnungsvoll sein Wir sollten für das nächste Jahr hoffnungsvoll sein Sein Stiefsohn ist Onkologe? Sein Stiefsohn ist Onkologe? Sie haben ihr Haus gereinigt, bevor die Gäste kamen Sie haben ihr Haus gereinigt, bevor die Gäste kamen Was ist passiert? Was ist passiert? Ich genieße gesellige Zusammenkünfte Ich genieße gesellige Zusammenkünfte Wir beobachteten den Sonnenuntergang am Strand Wir beobachteten den Sonnenuntergang am Strand Selbst Selbst Wir können in den Bergen campen gehen Wir können in den Bergen campen gehen Ich kann zehn Jahre nicht entkommen Ich kann zehn Jahre nicht entkommen Ich spiele mit meinem Freund in der Schule Ich spiele mit meinem Freund in der Schule Wir zerstören es jeden Tag Wir zerstören es jeden Tag Wenn ich Koch wäre, würde ich mein eigenes Restaurant eröffnen Wenn ich Koch wäre, würde ich mein eigenes Restaurant eröffnen Ohne ihre Hilfe hätte er das nicht geschafft Ohne ihre Hilfe hätte er das nicht geschafft Normalerweise essen wir um zwölf Uhr zu Mittag Normalerweise essen wir um zwölf Uhr zu Mittag Dann muss ich reden Dann muss ich reden Es ist so lustig, dass es mich immer zum Lachen bringt Es ist so lustig, dass es mich immer zum Lachen bringt Ich freue mich über ihr Feedback Ich freue mich über ihr Feedback Hat er dir gedankt? Hat er dir gedankt? Sollte ich nicht manchmal bleiben? Sollte ich nicht manchmal bleiben? Wenn ich gewusst hätte, dass du kommst, hätte ich einen Kuchen gebacken Wenn ich gewusst hätte, dass du kommst, hätte ich einen Kuchen gebacken Für ein Gruppenprojekt wurde die Klasse in Gruppen aufgeteilt Für ein Gruppenprojekt wurde die Klasse in Gruppen aufgeteilt Man lernt oft Man lernt oft Man lernt oft Warum schauen wir uns Fußballspiele nicht im Fernsehen an? Warum schauen wir uns Fußballspiele nicht im Fernsehen an? Er lebte in einem anderen Land Er lebte in einem anderen Land Der Junge, der dort steht, ist mein Cousin Der Junge, der dort steht, ist mein Cousin Sie lachten über ein lustiges Video Sie lachten über ein lustiges Video Ihr Halbbruder war Trainer Ihr Halbbruder war Trainer Ich muss Wäsche waschen Aber ich muss auch die Küche putzen Ich muss Wäsche waschen Aber ich muss auch die Küche putzen Zum Beispiel Zum Beispiel Wessen Ode Cologne ist das? Wessen Ode Cologne ist das? Der Flug dauerte länger als erwartet Der Flug dauerte länger als erwartet Sie sind ein wertvolles Mitglied Sie sind ein wertvolles Mitglied Konnte nicht entstehen Konnte nicht entstehen Wir können ins Kino gehen Wir können ins Kino gehen Sie gehen zur Schule Sie gehen zur Schule Die Party wurde von meinen Freunden organisiert Die Party wurde von meinen Freunden organisiert Sei nicht lächerlich Sei nicht lächerlich Kannst du mir den Weg zeigen? Kannst du mir den Weg zeigen? Er spricht nicht nur fließend Französisch Sondern versteht auch Italienisch Er spricht nicht nur fließend Französisch Sondern versteht auch Italienisch Das Erdbeben zerstörte die gesamte Stadt Das Erdbeben zerstörte die gesamte Stadt Das ist ein Haufen Lügen Das ist ein Haufen Lügen Viertel nach sieben Viertel nach sieben Sollte ich manchmal hinzufügen? Sollte ich manchmal hinzufügen? Ist es an ihrem Wohnort im Sommer heiß? Ist es an ihrem Wohnort im Sommer heiß? Gibt es milchfreie Alternativen? Gibt es milchfreie Alternativen? Ich habe mir selbst das Schwimmen beigebracht Ich habe mir selbst das Schwimmen beigebracht Wir können beginnen, wenn sie möchten Wir können beginnen, wenn sie möchten Entlässt du mich? Ich werde dich nicht feuern Ich schicke dich nach Hause Entlässt du mich? Ich werde dich nicht feuern Ich schicke dich nach Hause Umweltverschmutzung Umweltverschmutzung Eine Woche später geht er zur Analyse Eine Woche später geht er zur Analyse Wer ist bereit, das Quizspiel zu spielen? Wer ist bereit, das Quizspiel zu spielen? Ich hatte meine Tasche vorbereitet Bevor das Taxi ankam Ich hatte meine Tasche vorbereitet Bevor das Taxi ankam Ich weiß nicht, ob ich wissen will, was sie wissen Ich weiß nicht, ob ich wissen will, was sie wissen Gibt es im Laden eine Buchabteilung? Gibt es im Laden eine Buchabteilung? Können sie die Installation vor zwei Stunden durchführen? Können sie die Installation vor zwei Stunden durchführen? Ändern sie sich nicht? Ändern sie sich nicht? Michael Jordan ist ein legendärer Basketballspieler Michael Jordan ist ein legendärer Basketballspieler Der von seinem Besitzer trainierte Hund macht Kunststücke Der von seinem Besitzer trainierte Hund macht Kunststücke Ich gehe in die Fabrik Ich gehe in die Fabrik Wir sind überhaupt keine Tischler Wir sind überhaupt keine Tischler Wie viele Fahrräder stehen in der Garage Wie viele Fahrräder stehen in der Garage Ich werde jede Gelegenheit nutzen, die sich mir bietet Ich werde jede Gelegenheit nutzen, die sich mir bietet Du wirst besser sein Du wirst besser sein Wie ist der Kaffee hier? Wie ist der Kaffee hier? Könnten sie mir bitte etwas Wasser geben? Könnten sie mir bitte etwas Wasser geben? Ich höre gerne Jazzmusik Ich höre gerne Jazzmusik Kontinuierliche Verbesserung ist wichtig für den Erfolg Kontinuierliche Verbesserung ist wichtig für den Erfolg Sie können sehr gut tanzen Sie können sehr gut tanzen Kann ich diese Schokoladenprobe probieren? Kann ich diese Schokoladenprobe probieren? Wir putzen das Haus den ganzen Tag Wir putzen das Haus den ganzen Tag Sind sie geschäftlich oder im Urlaub unterwegs? Sind sie geschäftlich oder im Urlaub unterwegs? In Zukunft kann alles passieren In Zukunft kann alles passieren Wenn sie sich nicht wohl fühlen, sollten sie einen Arzt aufsuchen Wenn sie sich nicht wohl fühlen, sollten sie einen Arzt aufsuchen Warum hast du uns nichts erzählt? Warum hast du uns nichts erzählt? Könnte es vor zwei Nächten verschlossen worden sein? Könnte es vor zwei Nächten verschlossen worden sein? Er sollte letztes Jahr zählen Er sollte letztes Jahr zählen Spaß Spaß Ist ihre Stiefschwester die Dirigentin? Ist ihre Stiefschwester die Dirigentin? Ich freue mich, wenn ich an der Universität angenommen werde Ich freue mich, wenn ich an der Universität angenommen werde Lassen Sie mich wissen, wenn Sie eine Wegbeschreibung benötigen Lassen Sie mich wissen, wenn Sie eine Wegbeschreibung benötigen Sie betreten die Schule Sie betreten die Schule Er hatte vor einem Tag noch keine Mauerarbeiten durchgeführt Er hatte vor einem Tag noch keine Mauerarbeiten durchgeführt Ich interessiere mich wirklich für Fußball Ich interessiere mich wirklich für Fußball Er ist ein talentierter Tischler und stellt wunderschöne Möbel her Er ist ein talentierter Tischler und stellt wunderschöne Möbel her Kommen Sie häufig vor Kommen Sie häufig vor Sollte er leben Sollte er leben Verkaufen Sie Frischkäse Verkaufen Sie Frischkäse Er kann im Morgengrauen als Kellner arbeiten Er kann im Morgengrauen als Kellner arbeiten Der Verzicht auf Alkohol verbessert die körperliche und geistige Gesundheit Der Verzicht auf Alkohol verbessert die körperliche und geistige Gesundheit Allgemein Allgemein Persönlich Persönlich Ich habe dir etwas Suppe mitgebracht Ich habe dir etwas Suppe mitgebracht Auf dem Tisch liegt kein Stift Auf dem Tisch liegt kein Stift Sollte es bald wieder passieren Sollte es bald wieder passieren Er wird nicht zu Bett gehen, bis er die Episode beendet hat Er wird nicht zu Bett gehen, bis er die Episode beendet hat Sie gehen oft zu Konzerten Sie gehen oft zu Konzerten Erwähne es nicht Erwähne es nicht Ist es offen? Ist es offen? Du bist ein guter Tänzer Du bist ein guter Tänzer Ich verstehe übrigens nicht, warum Tom gekommen ist Ich verstehe übrigens nicht, warum Tom gekommen ist Ich habe das Kochen aus verschiedenen Küchen gelernt Ich habe das Kochen aus verschiedenen Küchen gelernt Ich muss meine Medikamente auffüllen Ich muss meine Medikamente auffüllen Sie können es auf jährlicher Basis bereitstellen Sie können es auf jährlicher Basis bereitstellen Ich mache jeden Abend meine Hausaufgaben Ich mache jeden Abend meine Hausaufgaben Nach starkem Regen wurden die Straßen überschwemmt Nach starkem Regen wurden die Straßen überschwemmt Sollte einen Mann nicht spät in der Nacht führen Sollte einen Mann nicht spät in der Nacht führen Ich muss diesen Bericht bis morgen fertigstellen Ich muss diesen Bericht bis morgen fertigstellen Ich werde morgen den ganzen Tag an meinem neuen Projekt arbeiten Ich werde morgen den ganzen Tag an meinem neuen Projekt arbeiten Wir müssen den Bericht vor Ablauf der Frist fertigstellen Wir müssen den Bericht vor Ablauf der Frist fertigstellen Spielen Sie die Hand, die Sie erhalten Spielen Sie die Hand, die Sie erhalten Hier sind Ihre Entlassungsanweisungen Hier sind Ihre Entlassungsanweisungen Runterkommen Runterkommen Es ist mir ein Vergnügen Viel Spaß Es ist mir ein Vergnügen Viel Spaß Bin ich letztes Jahr gestorben? Bin ich letztes Jahr gestorben? Er wandert gerne in den Bergen Er wandert gerne in den Bergen Vergessen Sie auch nicht, Ihren Ausweis mitzubringen Vergessen Sie auch nicht, Ihren Ausweis mitzubringen Wenn Sie früher gegangen wären, hätten Sie den Zug nicht verpasst Wenn Sie früher gegangen wären, hätten Sie den Zug nicht verpasst Normalerweise um 18 Uhr nach einem Tennisspiel Normalerweise um 18 Uhr nach einem Tennisspiel Das Auto meines Vaters hatte nach dem Unfall eine Panne Das Auto meines Vaters hatte nach dem Unfall eine Panne Die Katze, die ihren Schwanz jagt, ist so süß Die Katze, die ihren Schwanz jagt, ist so süß Vor 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 Können wir es nicht bald schaffen? Können wir es nicht bald schaffen? Es ist zu heiß, um lange draußen zu bleiben Es ist zu heiß, um lange draußen zu bleiben Trotz der Verspätung kamen wir gut gelaunt zur Party Trotz der Verspätung kamen wir gut gelaunt zur Party Sein Onkel ist Modedesigner Sein Onkel ist Modedesigner Er beobachtete den Sonnenuntergang am Strand Er beobachtete den Sonnenuntergang am Strand Ich bin mit meinem Pferd durch die Landschaft geritten Ich bin mit meinem Pferd durch die Landschaft geritten Hat uns dieses Lied gefallen? Hat uns dieses Lied gefallen? Er malt schon seit einiger Zeit Er malt schon seit einiger Zeit Hat er es nicht sofort gekauft? Hat er es nicht sofort gekauft? Bauarbeiter werden einen neuen Wolkenkratzer bauen Bauarbeiter werden einen neuen Wolkenkratzer bauen Machen sie sich nicht selten Notizen? Machen sie sich nicht selten Notizen? Ihr Mann ist Töpfer Ihr Mann ist Töpfer Dies kann ein Fehler sein Dies kann ein Fehler sein Haben sie kostenloses WLAN? Haben sie kostenloses WLAN? Ich werde stillen Ich werde stillen Ich muss diesen Bericht bis morgen fertigstellen Ich muss diesen Bericht bis morgen fertigstellen Du konntest dich nicht treffen Du konntest dich nicht treffen Die beiden Ereignisse sind miteinander verknüpft Die beiden Ereignisse sind miteinander verknüpft Es ist eine schlammige Gegend Es ist eine schlammige Gegend Sie beschlossen Einen Hund aus dem Tierheim zu adoptieren Sie beschlossen Einen Hund aus dem Tierheim zu adoptieren Das Vermächtnis seines Dienstes für sein Land wird immer in Erinnerung bleiben Das Vermächtnis seines Dienstes für sein Land wird immer in Erinnerung bleiben Was würdest du gern tun? Was würdest du gern tun? Ich gehe mit Freunden essen Ich gehe mit Freunden essen Ich räume mein Zimmer auf Ich räume mein Zimmer auf Das Unternehmen befand sich in finanziellen Schwierigkeiten Das Unternehmen befand sich in finanziellen Schwierigkeiten Verlassen Verlassen Obwohl es eine schwierige Aufgabe ist, können wir sie bewältigen Obwohl es eine schwierige Aufgabe ist, können wir sie bewältigen Im Laden gibt es vergünstigte Angebote Im Laden gibt es vergünstigte Angebote Ich koche jeden Abend Ich koche jeden Abend Wenn sie bestehen wollen, sollten sie besser für die Prüfung lernen Wenn sie bestehen wollen, sollten sie besser für die Prüfung lernen Ist die Nacht nicht besser? Ist die Nacht nicht besser? Sie lernen schwimmen Sie lernen schwimmen Sollte er den Sonnenaufgang nicht lieben? Sollte er den Sonnenaufgang nicht lieben? Ich akzeptiere ihre Entschuldigung für das, was sie gesagt haben Ich akzeptiere ihre Entschuldigung für das, was sie gesagt haben Unser Halbbruder war Liedermacher Unser Halbbruder war Liedermacher Dennoch gibt es einige Bedenken, die angegangen werden müssen Dennoch gibt es einige Bedenken, die angegangen werden müssen Schaut er abends fern? Schaut er abends fern? Es leuchtete hell Es leuchtete hell Die Ostküste wurde von schweren Stürmen heimgesucht Die Ostküste wurde von schweren Stürmen heimgesucht Haartrockner funktioniert nicht Haartrockner funktioniert nicht Er gibt nie auf Er gibt nie auf Heraus zwingen Heraus zwingen Ich habe großes Selbstvertrauen Ich habe großes Selbstvertrauen Er hat kein Geld Er hat kein Geld Ich habe keine Freunde in der Stadt und ich habe kein Handy Ich habe keine Freunde in der Stadt und ich habe kein Handy Ich habe eine Freundin Ich habe eine Freundin Mary hat einige Fragen an sie Mary hat einige Fragen an sie Nur auszufüllen, wenn eine Person für die Beförderung nominiert wird Nur auszufüllen, wenn eine Person für die Beförderung nominiert wird Sie müssen Bibliotheksbücher fristgerecht zurückgeben Sie müssen Bibliotheksbücher fristgerecht zurückgeben Wenn so etwas noch einmal passiert, ruf mich an, okay? Wenn so etwas noch einmal passiert, ruf mich an, okay? Sarah hat auf der Straße ein verlorenes Kätzchen gefunden Sarah hat auf der Straße ein verlorenes Kätzchen gefunden Sie sind mein Held Sie sind mein Held Ihr Enkel ist Berater Ihr Enkel ist Berater Deine Stiefschwester ist die Bibliothekarin Deine Stiefschwester ist die Bibliothekarin Ich möchte dieses Produkt bitte zurückgeben Ich möchte dieses Produkt bitte zurückgeben Kannst du mir mit meinen Hausaufgaben helfen? Kannst du mir mit meinen Hausaufgaben helfen? Hatte er den ganzen Tag Videospiele gespielt Bevor seine Mutter ihm sagte Er solle seine Hausaufgaben machen Hatte er den ganzen Tag Videospiele gespielt Bevor seine Mutter ihm sagte Er solle seine Hausaufgaben machen Gibt es selbstgemachte Säfte? Gibt es selbstgemachte Säfte? Kann ich zu anderen Treffen gehen? Kann ich zu anderen Treffen gehen? Könnten Sie bitte die Tür schließen, wenn Sie gehen? Könnten Sie bitte die Tür schließen, wenn Sie gehen? Wird nicht gebaut Wird nicht gebaut Schulden Schulden Ich habe viele Freunde Ich habe viele Freunde Ja Wir haben mehrere Suiten zur Verfügung Ja Wir haben mehrere Suiten zur Verfügung Lassen Sie mich erklären, wie man diese Maschine benutzt Lassen Sie mich erklären, wie man diese Maschine benutzt Lassen Sie mich sehen Lassen Sie mich sehen Kann ich bitte mein Steak Medium Rare haben? Kann ich bitte mein Steak Medium Rare haben? Ich wünschte, ich hätte für die Prüfung härter gelernt Ich wünschte, ich hätte für die Prüfung härter gelernt Die Kirche wurde im 18. Jahrhundert erbaut Die Kirche wurde im 18. Jahrhundert erbaut Er bereitete sich auf seine Abschlussprüfungen an der Universität vor Er bereitete sich auf seine Abschlussprüfungen an der Universität vor Wird es nicht später um Mitternacht abgeholt? Wird es nicht später um Mitternacht abgeholt? Wo finde ich Tomatenkonserven? Wo finde ich Tomatenkonserven? Der Kanal war sehr tief Der Kanal war sehr tief Ich bin nicht sicher Ich bin nicht sicher Das klingt so kompliziert Das klingt so kompliziert Wenn ich eine Kamera hätte, würde ich den Sonnenuntergang fotografieren Wenn ich eine Kamera hätte, würde ich den Sonnenuntergang fotografieren Ich bin im Zimmer am Ende des Korridors Ich bin im Zimmer am Ende des Korridors Versuchen Versuchen Wollen wir nicht lesen? Wollen wir nicht lesen? Das Auto steht vor der Garage Das Auto steht vor der Garage Viele Bäume fielen nach dem Sturm Viele Bäume fielen nach dem Sturm Wir werden uns in absehbarer Zeit nicht mehr mit Technik befassen Wir werden uns in absehbarer Zeit nicht mehr mit Technik befassen Heute Heute Es ist kompliziert Es ist kompliziert Wir sind den ganzen Tag im Pool geschwommen Wir sind den ganzen Tag im Pool geschwommen 18 Jahre alt 18 Jahre alt Sie stritten sich darüber, in welches Restaurant sie gehen sollten Sie stritten sich darüber, in welches Restaurant sie gehen sollten Nie dieser Fotograf Nie dieser Fotograf Sie essen zu Mittag Sie essen zu Mittag Nach einer Woche haben wir vielleicht keine Angst mehr Nach einer Woche haben wir vielleicht keine Angst mehr Kein Problem Ich helfe gerne Kein Problem Ich helfe gerne Wir werden bis zum Morgen arbeiten Wir werden bis zum Morgen arbeiten Bis morgen früh werden sie den Marathon absolviert haben Bis morgen früh werden sie den Marathon absolviert haben Das Restaurant hatte den ganzen Abend über Gäste bedient Als eine berühmte Persönlichkeit hereinkam Das Restaurant hatte den ganzen Abend über Gäste bedient Als eine berühmte Persönlichkeit hereinkam Konnte im Morgengrauen nicht nachdenken Konnte im Morgengrauen nicht nachdenken Wir können den Bodenbelag nicht sofort verlegen Wir können den Bodenbelag nicht sofort verlegen War ihre Frau Anwältin? War ihre Frau Anwältin? Du kannst nächstes Jahr lügen Du kannst nächstes Jahr lügen Pünktlich beginnen Pünktlich beginnen Das denke ich auch Das denke ich auch Würde ich nicht ablehnen? Würde ich nicht ablehnen? Lässt sich das nicht organisieren? Lässt sich das nicht organisieren? Können wir gelegentlich leben? Können wir gelegentlich leben? Ich habe dir mein ganzes Geheimnis verraten Ich habe dir mein ganzes Geheimnis verraten Ich habe keine Freunde in der Stadt Und ich habe kein Handy Ich habe keine Freunde in der Stadt Und ich habe kein Handy Muss ich fallen? Muss ich fallen? Normalerweise nicht bewegt Normalerweise nicht bewegt Ich habe einen Fehler in meinem Programm gefunden Ich habe einen Fehler in meinem Programm gefunden Er spielt Fußball im Park Er spielt Fußball im Park Erwähne es nicht Erwähne es nicht Als ich nach Hause kam Schlief John Als ich nach Hause kam Schlief John Wirst du heute Abend an der Party teilnehmen? Wirst du heute Abend an der Party teilnehmen? Obwohl er Angst hatte Stieg er trotzdem in die Achterbahn Obwohl er Angst hatte Stieg er trotzdem in die Achterbahn Kann jeden Tag spielen Kann jeden Tag spielen Ich genieße es Nach Paris zu reisen Ich genieße es Nach Paris zu reisen Wird nicht gebaut Wird nicht gebaut Ihr Kommentar hat nichts mit der Diskussion zu tun Ihr Kommentar hat nichts mit der Diskussion zu tun Tut es nicht weh? Tut es nicht weh? Sie haben sich vor einem Jahrhundert nicht damit befasst Sie haben sich vor einem Jahrhundert nicht damit befasst Sie gingen in einen Comedy Club und lachten die ganze Nacht Sie gingen in einen Comedy Club und lachten die ganze Nacht Er hat es vorher beschützt Er hat es vorher beschützt Wenn wir an den Strand gehen, können wir Sandburgen bauen Wenn wir an den Strand gehen, können wir Sandburgen bauen Weitermachen Weitermachen Für diesen Anlass ist das Kleid zu freizügig Für diesen Anlass ist das Kleid zu freizügig Ich muss eine Pause von der Arbeit machen Ich muss eine Pause von der Arbeit machen Kunst Kunst Es ist 19 Uhr Es ist 19 Uhr Tochter Förster Tochter Förster Konnte er nicht jemals ein Diener sein? Konnte er nicht jemals ein Diener sein? War ich nicht vor zwei Jahren Richter? War ich nicht vor zwei Jahren Richter? Bestimmt Bestimmt Ich werde Spaß haben Ich werde Spaß haben Er wird lernen Gitarre zu spielen Er wird lernen Gitarre zu spielen Wie oft kochen sie zu Hause? Wie oft kochen sie zu Hause? Das Problem ist komplexer als wir denken Das Problem ist komplexer als wir denken Wir kannten das Ende, weil wir diesen Film schon einmal gesehen hatten Wir kannten das Ende, weil wir diesen Film schon einmal gesehen hatten Das Auto steht vor mir Das Auto steht vor mir War ihr Großvater ein Komiker? War ihr Großvater ein Komiker? Wo sind die Scheren? Wo sind die Scheren? Ich wurde nicht gerettet Ich wurde nicht gerettet Lass uns das machen Lass uns das machen Die legendäre Rockband gab stundenlang ein Konzert Die legendäre Rockband gab stundenlang ein Konzert Ich komme aus Istanbul Ich komme aus Istanbul